Bruder, das ist jetzt spannend. Das ist ein super krasser Feier, ne? Ey, das ist einer! Was ist das? Nein! Hallo Freunde, es hat uns wieder zurück. Ended again mit dem Video auf meinem Kamer, Freunde. Heute mit meiner kleinen Schwester aus Geldab, Nora. Äh, seit langem mal wieder mit meiner kleinen Schwester am Start, Leute. So, wir hatten ja eine 50 Euro verloren, Freunde. Hier, 100 türkische Lila, Leute. Ist so viel wie erst 5 Euro. Nein, Leute, aber ich habe gerade einfach noch so voll viel türkische Lila gefunden. Und, äh, die waren Niklas in der Tasche, weil jetzt habt ihr ja wieder richtig Bock, in die Türkei zu gehen. Nach diesem etwas komischen Intro, was jetzt nicht ganz, äh, tanzgetreu war, wie es eigentlich ist, haben wir heute ein neues Video vor euch nicht mit meiner kleinen Schwester aus Geldab, Nora. Sie spielt zum allerersten Mal Fortnite Battle Royale, Leute. Leute, ich glaube, wir haben jetzt 50.000 erreicht, wenn das Video online kommt. Wie gesagt, wir verlosen, haben ja wirklich 50 Euro verlost. Das wird im nächsten Video dann aufgelöst, die jetzige. Deswegen, jetzt habt ihr doch mal die letzte Schauung. Im nächsten Video wird es dann aufgelöst. Und wir verlosen jetzt wieder 50 Euro zur Feier der 50.000, weil ich glaube, wenn das Video online kommt, haben wir die 50.000, Freunde. Und deswegen, danke für euren Support, wir lieben euch, oder? Niki und ich drehen morgen wieder eine Challenge und wirklich danke, Freunde. Bah! Wuh! Wuh! Ja, noch, ich würde zum ersten Mal fern, Fortnite. Ich habe schon ein bisschen gezeigt, wie das geht. Du weißt, wie man springt. Ich habe ja alles erklärt. Ich habe ja, er ja auch, aber ich habe es auch gezeigt. Also, glaubst du, es kann was werden? Also, Niki war echt gut bei der ersten Mal, da habe ich glaube, Nora. Glaubst du, es wird was? Nö. Egal, Freunde, ich würde einfach sagen, here we go. Wir starten und, äh, ja. Gott, hüte uns. Let's go. Wie so ein kleiner Hodger mit seinem Geld und, äh, sich als ob der Kamera labert. Was willst du eigentlich, hä? Und dann alle, die sagen, wir sollen aufhören zu tanzen im Intro. Es juckt uns nicht, Freunde. Wir können tanzen, wir können singen, wie wir wollen im Intro. Und, äh, wie gesagt, äh, mich juckt eure Meinung absolut nicht. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, geht es jetzt in das Video und Nora, ich würde einfach sagen, here we go. Und drück bereit. Äh, jetzt mal zu sehr nehmen. Ich muss Kopfhörer auch noch nehmen. Äh, lachen. Ich juckt mich jetzt auch nicht. Okay, auf jeden Fall, äh, geht es um zu Salty Springs und wenn du Glück hast, sind da keine Menschen, ich weiß nicht. Äh, ich bin einfach selbst mal gespannt, was das wird. Nigga, es tanzt wieder unter der Kamera. Come on, bro. Bro. Wuh! Weiß nicht, ich lieb es, rumzuschreien. Komm, schlag auf das Dach. Schlag auf das Dach. Ja. Komm, lass gehen. Weißt du, was es ist? Was die Waffe für gut ist. Was glaubst du, was ist diese Farbe jetzt glaubst du? Gut oder schlecht? Gut. Drei. Gut? Ja, okay. Gut gemacht. Wuh! Die ist echt gut. Die ist echt gut. Also, Nigga, deine Nase werden wir jetzt nicht im Gesicht haben. Also, nimm so ein Bild haben. Hinter. So, heb die Shot, das ist ein Shotgun, heb einem auf. Also, aufheben, weißt du ja, das Viereck und das weißt du ja alles, ne? Das hast du ja auch schon gesehen. Also, Freunde, diese ganzen Basics kann die für alle, die wieder rumholen werden. Diese ganzen Basics sind auch nicht schwer. Ich konnte auch direkt Waffen aufheben und wechseln. Also, wer jetzt denkt, dafür, das ist nicht das erste Mal. Ihr Lüge und Clan. Nein, Leute. Ich glaub, man kann wohl Waffen aufheben. Also, rennt jetzt einfach rum weiter. Hebe einfach alle Waffen auf. Genau, wie du das gerade schon machst. Das ist ne Munitionskisten, weißt du alles auch schon. Sehr spannend. Das ist ne blaue Farm. Was glaubst du? Blau oder grün ist besser? Blau? Ja, dann nimm... Richtig geraten. Weißt du das? Nimm einfach immer... Also, ich kann dir sagen, das ist grau, da kommt grün, da kommt blau, da kommt lila, da kommt gold. Also, desto besser wechseln. Öffne die Kiste. Revolver mit Zielfernrohr. Ja, okay. Kannst du gerne mitnehmen, wenn du willst. Dann kannst du zoomen, falls dir nicht aufgefallen ist. Nein! Das ist doch kein Mensch! Das war ne Statue! Das war ne Statue! Aber die A muss man sagen, Leute. Bram! Aber das war ne Statue, das war kein echter Mensch. Also, nix war bitte nicht drauf schießen. So, bau dich hoch. Treppe. Ja, genau. L2, L2. L2 ist hier, falls du willst. Ja, haus auf. Dich, Schildi, musst du trinken. Biggie! Also, schlauer ist es eigentlich erstmal die Kleinen zu trinken, weil dann kannst du auf 50 kommen und dann auf 50. Ich hätte es lieber nicht gemacht. Äh, warum ihr tut es jetzt nicht gemacht? Ja, ich hätte auf die Kleinen gewartet. Auf die Kleinen? Ja. Passt doch zu dir. Andere Baguette. Bin ich wohl? Komm, abhören. Ja, siehst du, jetzt hast du die Kleinen. Hättest jetzt gerade gewartet, hättest du erstmal die Kleinen getrunken und dann die Großen, verstanden? Ach so. Ja, Mathematik. Ach so. Das ist einfach, ne? Null Kills bis jetzt. Also, ich glaube ehrlich, das wird kein Kill in der ersten Runde, weil äh, hm, Niki, glaubst du sie schafft einen Kill jetzt noch in der ersten Runde? Nee. Na, du kannst dir keins geben, weil du hast heute 100 Leben schon voll. Du kannst dir eins geben, wenn du irgendwie, was weiß ich, viel damage bekommst. Das gibt dir immer wieder volles Leben. So. Okay. 22. Hier, Mini-Shields kannst du auch mitnehmen. Eine Nase zu. Und Leute, bis jetzt, wenn ihr das, was? Mir wächst hier so ein Missgeburt, Bart. Hier, guck mal, ich hab hier so Haare, hier ein paar Schamhaare. Das ist übel Abfuck so. Das ist einfach so, ah, ich weiß nicht. Ne, den Herzen richtig, du musst gar nicht lachen. Hier. Habt ihr nicht gesagt, nimm das Geld und geh weg? Danke, jetzt kann, dann geh ich noch. Danke, Mann. Jetzt ist die Fall. Ja. 35 Läden noch. Und Leute, nicht wegen meinen Haaren wundern. Ich hab grad auch geduscht, deswegen. Sieht sie aus wie so ein Teppich. Guck mal. Als wäre es so ein Teppich über meine Haare. Ohne Spaß. Das ist voll scheiße geworden. Jetzt kann man nur noch sechs mit den Schäden nehmen. Obwohl man zehn früher genommen hat. Hm. Hast du recht. Ähm, eine Skar musst du mitnehmen. Eine Skar ist eigentlich die beste, eher das jetzt so ein Schallgedämpfte. Was? Ich dachte, sie hat eine Skar. Was? Ich dachte, sie hat eine Skar. Willst du auf die Frise? Nein. Ich geb die Pause mal. Komm mal rein, Leute. Ich bin schwach. Ich bin schwach? Ja. Leute, wollt ihr meinen Kampf zwischen mir und Niklas sehen? Dann willst du aber auch einen Sippel bekommen. Ich hab dich kaputt. Du machst mich kaputt. Weißt du, was du kaputt machst? Dein C. Dann willst du wieder chillen? Oh, na, schieß! Schieß auch! Sie hat einfach einen fucking Headshot gegeben. Die hast du nicht getroffen. Das ist einfach random. Hast du die einfach random draufgeschissen? Ja, genau so. Aber einfach mit der... Mit der... Mit der... Bruder... Oh ja, das war's. Nein. Ey, gibt's den Medikins! Da brauch ich ja fast besser. Gibt's den Medikins! Ja, Bruder, Bruder, das war's dann auch. Ja, das war's. Das war's. Ja. Ja, okay, aber... Alter, was hat das denn? 31 Leben noch. Schön mit der kleinen Maschinenpistole auf 50 Meter Entfernung geschossen. Das nicht. Oh, da kommt der! Nein! Ja, aber am besten noch... Am besten jetzt hoch. Alter... Ich kann das nicht. In der Tat. Also, Leute. Da haben wir schon die nächste Runde. Ähm, grad leider... Also, es war ein Headshot dabei, aber sie ist leider trotzdem gestorben. Wo willst du jetzt hin? Am besten dann letztens mal hier. Das ist ne Falle. Nimm nie! Nennen sie auch. Einfach nur herlaufen. Ja. Okay, jetzt ein bisschen schlechter. Ja, also, man merkt schon. Ähm... Das ist... Ja, aufheben. Das kannst du auch einfach aufnehmen. Das kannst du aber nur einmalig benutzen. So, das waren jetzt die Mini-Chilis. Danach kannst du einen Biggi trinken. Die geben 25. Und so ein dicker, dicker Schiliri... Fett ist los. Ihr 50. Ja, hast du recht. Ja, äh... Okay, jetzt... Na unten ist ne Kiste. Am besten haust du dir auf. Wenn du springen willst, ne? Das krieg ich. Die blauen Punkte musst du hauen. Dann kriegst du, äh... Dann geht der Kriegst du schneller kaputt. Okay. Ach! Oh, aber das ist richtig für Waffen. Einen goldenen Raketenwerfer. Guck mal, du bist der größte Noob, aber du kriegst die heftigsten Waffen. Was ist das denn für ne Waffen? Was ist das verdient, Niklas? Oh, voll unfair. Jetzt hast du Glück. Kannst gleich einen abschießen. Du hast deinen ersten gesehen. Ist echt zu gut. Damit kannst du euch abschießen. Aber das nicht auf dich selber schießen, weil sonst bist du tot. Das müsste erst eine kleine Zeit sein. So, heb die Waffe auf. Ey, das ist ja voll unfair. Das ist ja voll unfair. Nicht auf, dass du Munition aufbogen. Nicht die Waffe, Mann. Sein Dongo-Fan. Äh, warte, öffne einfach mal jeden Tür, ja. Schwer immer so ne Art. Suchen und verstecken hier. Was haben wir da? Ups. Blaue Waffe. Nein, 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 die Wechsel waren nicht. Ja, genau so. Weil die blaue ist viel schlechter. Lila ist immer besser, merkt ihr das. Ähm, da, uch, haben wir nichts. Auffauen. Axt. Und... Was hat die Olga? Du, diesen Kopfhörer sind voll laut. Du wirst doch kein Gegner machen. Du wirst es tun für einer. Du wirst genau einer, der hat mal falsche Alarme gibt. Jungs, ich hör'n Gegner. Hä, das ist ja meine Oma, die rasenmäht. Nein, du, klack'n Gegner. Und dann geht ihr zu fünf auf die Oma los. So, äh, ich weiß ja echt nicht, was du machen kannst. Das ist super spannend, was du hier gerade abliegst. Du rennst wie durch die Büsch, wie ich früher auch. Einfach durch den Busch die ganze Zeit rennst du. Wie nun? Anna, was machst du da die ganze Zeit? Dranaten werden auf dich geworfen, hör'n. Ja, ich sag's mir nicht. Ey, das war doch vor dir. Was war doch vor dir? Was hab' ich denn gesagt? Ja, halt, 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 halt. Was hab' ich gesagt? Was hab' ich gesagt? Schieß da mit R2 gleich. Einfach, wenn du ihn siehst, schießt mit R2 auf ihn. Ey, der nimmt Durchballons. Der fliegt weg, der fliegt weg. Ja, okay, äh, guck, 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 warte. Warte, warte, ich sag' dir, wenn du schießen sollst. Sturm kommt jetzt von der, aber warte, du musst auch ne Sauen. Was ist der Sturm? Ja, der Sturm ist das. Also, wenn du, äh, im Sturm ist, der gibt dir Schaden. Und wenn du halt zu lang drin bleibst, dann tötet der dich. Ja, ist die Sauen. Ja, die Sauen. Fluch vor der Sauen. Na, meine Nase ist du, ich kling' wie so'n Schwanz. Badeos. Das fang, das fang nicht ab, ey. Ich kling' so... Surprise, motherfucker. Ach, schieß, 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 einfach R2, R2. Einfach R2. Einfach R2. Einfach R2. Einfach R2. Einfach R2. Einfach R2. Ja, das fang nicht so. Einfach R2. Ja, das fang nicht so. Schieß einfach. Schieß einfach. Triss der R2 nicht? Obwohl, dann verstehst du mich so. Warte, jetzt warte. Gut, das ist jetzt spannend. Das ist ein super krasser Fall, ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wie ich da 30 sein? Ey, du hast es auch mit der 30, ne? Oh, ha. Oh. Also, Leute. 25 leben noch in 41 Sekunden. Oh, das ist wieder vor dir. Schieß, 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 schieß. Schieß! Oh mein Gott. Ich hätte sich hingekillt. Ja, endlich, Leute. Wir sitzen hier seit jetzt 3 oder 4. Alter, Nora. Okay. Dafür ist Applaus. Die Engel drauf. Auch wenn er fucking low war. Hier nimm mein Geld. Der erste Kerl hier. Nimm das Geld. Du hast hier ungefähr 100.000 Lira. Ja, schieß rauf, schieß rauf, schieß rauf. Die Engel macht zum Glückstreffer jedes Mal. Okay. Hat sie getroffen? Ein hat sie getroffen. Ein glückstreffer. Ja, okay. Bauern ist halt echt noch nicht deins. Egal. So ist es nicht schlimm. So ist es nicht schlimm. Er kommst du? Oh. Oh. Alter, jetzt bitte nicht kommen. Ein kill noch nur. Komm bitte. Ja, warum? Versuch zwei Kills zu machen, okay? Ja, dann bist du richtig krass. Zwei Kills wäre heftig. Ich glaub. Komm komm. Ey, lass deiner rein. Lass deiner rein. Lass deiner rein. Ah. Ja. Alter, wie machen sie das? Hast du zwei Kills geschafft im ersten Mal? Nee, ich hab direkt drei Kills. Alter, warte. Ich muss sagen. Ich hab drei Kills. Alter, du bist so krass, Dizzy. Komm her, Bro. Oh mein Gott, das ist ein Baby schnell mal. Strecke, freke, bleib. Alter, zwei Kills. Niki darf ihr wollen. Ah ja. Leute, dreitausend Likes mindestens, oder Niki? Für zwei Kills. Wenn du mal fünftausend. Fünftausend. Niki, du willst am liebsten mal dreißigtausend Likes. Leute, dann fünftausend Likes, wenn ihr wollt. Ja, Niki, lass mich grad nie sagen. Fünftausend Likes. Fünftausend Likes. Also ich mein, zwei Kills. Äh, also erst den Runden jetzt. Du bist ein Noob. Wie machst du zwei Kills? Lach nicht, du Noob. Nein. Oh. 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 Leute, so, eure beste Platzierung ist der 14. Platz und zwei Kills. Also es ist stark, oder? Kognika, Applaus für Sie. Ich achte eins. Bist du zufrieden damit für die ersten Runden? Nö. Hier. So, Nora. Hier hast du 150 Lehrer. Macht den schönen Aufenthalt in der Türkei, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, und wenn ihr auch gerne grad in der Türkei wäre schön im Urlaub, wisst ihr, schön euch sonnen würdet, dann gebt einen Daumen auf oben, Freunde. Abläuft den Kanal. Teilet auf jeden Fall mit all euren Freunden. Also ich denke mal, wenn das Video online kommt, dann haben wir 50.000 erreicht, Freunde. Wirklich, ich danke mich vom Herzen, wirklich. Hoffentlich kriegt ihr das Dreifache zurück, wirklich, wir sind euch für alles dankbar, Leute. Also, Freunde, wirklich, teilt die Karte mit allen euren Freunden. Wir verlosen jetzt wieder 50 Euro PSN und im nächsten Video wird die jetzige 50 Euro PSN-Verlosung aufgelöst. Danke, Niki. Danke, Nora, dass sie immer meine Videos mitmachen. Ich vernehm mich auch viel. Ja, Niki? Ich hab mehr gemacht als Sida. Ja, weißt du, was du gemacht hast? Nichts, Alter. Na ja, wirklich, danke, meine Bros. Ich liebe sie über alles, Leute. Danke, dass ihr uns supportet, danke, dass ihr das Video geschaut habt. Gebt mir auch nach oben, folgt mir auf Instagram, Selbstschule, Liste oder SteadyCode. Wirst du auf Instagram? NoraStacey1. NoraStacey1, wie heißt du auf Instagram? Stimmt, der hat keinen Namen, Leute. Wenn ihr wollt, dass ihr auch Instagram-Halt, dann schreibt mir das dann in die Kommentare. Alles, Freunde, wir sehen uns für die nächste Video, Freunde. Schreibt mir, was ihr sehen wollt. Stay fresh und Peace. What's good, bro? What's good? Na, boah, das war kein Englisch, Bruder. Oh, ho, ho, ja. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho. Oh, ho. Vielen Dank.